Es gibt im Islam keine Zwangsehe, das wollte ich gesagt haben. Also man soll nicht als Frau jemanden heiraten, den man nicht heiraten will. Man soll da keinen Druck auf sich ausüben lassen, denn der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt auch in einem Hadith, إِذَا رَادَ أَحَدُكُمْ يُزَوُجُوا إِبْنَتَهُ فَلْيَسْتَ مِرْهَا Also das heißt, dass man eine Frau nicht gegen ihren Willen verheiraten darf. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Und wir sehen, die einzigen Probleme, die wir Muslime haben, was Heirat und so angeht, ist immer, wenn wir Islam nicht praktizieren. Wenn wir Zwangsehen machen, die mit Islam nichts zu tun haben. Islam ist die einzigste Religion, was mir auf jeden Fall bekannt ist, wo Zwangsehe laut einem deutlichen Text, also Aussagen vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, verboten ist. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat eine Ehe, wo die Tochter zur Ehe gezwungen war, ist abrogiert. Er hat sie für ungültig erklärt, weil diese Tochter sich beschwert hat, also sie ist zum Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gekommen, hat gesagt, ich wollte diesen Mann nicht heiraten, ja. Und er hat diese Ehe abrogiert und das ist ein ganz deutsches Zeichen. Und eben dieser Hadith, diese Aussage vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, die ich schon genannt habe. Islam ist die einzige Religion, wo das ganz deutlich gesagt wird, dass man eine Frau nicht gegen ihren Willen mit irgendeinem Strauchdieb verheiraten darf, sondern in allen vier Madhaib, in den vier Rechtsschulen des Islam, des sunnitischen Islam, ist die Ijab und Kabul, also ist die Zufriedenheit, also dass die Frau auch diesen Mann heiraten will, eine Bedingung von der gültigen Ehe. Und eine Ehe, wo die Frau zur Ehe gezwungen wird, ist eine ungültige Ehe. Und wenn ein Vater dies macht, dann macht er sich sündig. Das wollte ich nun mal auch noch an dieser Stelle erwähnt haben, wie ich eben schon den Koranvers erwähnt habe. Und alle Probleme, die wir Muslime haben, ist, wenn wir Islam nicht praktizieren. Deswegen lege ich mir als erstes und euch danach ans Herz, dass wir den Islam richtig praktizieren und nicht nach irgendwelchen Traditionen gehen, die die Eltern oder Ureltern oder irgendjemand praktizieren, dass die mit dem Islam nichts zu tun haben, sondern dass wir Islam praktizieren. Kor Allah, Allah hat gesagt, Kor Rasul und der Gesandte Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, hat gesagt. Denn das ist die Rechtsleitung und Wallahi, jeder, der sich von dieser Rechtsleitung abwendet, der wird unglücklich sein im Diesseits und im Jenseits. Und das, diese Worte sage ich und ich bitte Allah um Vergebung für mich und für die Sünden der restlichen Muslime auf der ganzen Welt und bitte Allah, dass er alle Menschen in Deutschland auf den rechten Weg leiten wird.